Juan, Senor Andreu, Gratulation zu diesem Sieg. Hast du noch in der 40. Minute an die Mannschaft geglaubt, als es 12 zu 17 stand? Danke, ich glaube, dass jeder weiß, dass es ein schweres Spiel war. Marley-Lyon ist eine große Mannschaft in Europa. Wir wissen, dass es 60 Minuten war. Wir wissen, dass wir bis zum Ende kämpfen müssen, weil wir das gemacht haben. Das war die einzige Sache wichtig, das ist der Sieg heute. Was war entscheidend am Ende aus deiner Sicht für den Sieg? Ich glaube, unser Kampf entscheidend war. Auch die Stimmung war unglaublich, wenn es unentschieden war. Wir haben diese unglaubliche Stimmung hier mit den Fans. Und das ist wichtig, ich glaube. Diese Verbindung zwischen den Fans und wir. Und das hat es gemacht. Wir haben gewonnen. Wie süß schmeckt der Sieg, weil er ja auch gegen den Verein ist, wo du lange gespielt hast. Ist das dann noch ein bisschen besser, gegen den zu gewinnen als normal? Für mich ist jeder Sieg wichtig. Ich war gegen meine letzte Mannschaft. Und die einzige Sache wichtig war, dass wir nach der nächsten Phase gehen können. Wenn wir heute verloren waren, das war sehr schwer. Und ich glaube, wir konnten es nicht. Aber jetzt sind wir da. Wir brauchen und müssen die nächsten zwei Spiele gewinnen. Und wir denken nur an das jetzt. Dann denkt da weiter. Viel Erfolg nächste Woche in Lund und vor allem Dienstag auch gegen Mestetten. Und herzlichen Glückwunsch nochmal. Okay, danke, Jim. Danke, Kurt.